Hörnix! So, einmal ohne Musik, pass auf einmal! Er ist angetreten vor Wintermeyer, es war das September 2017 und es war gar nicht einfach, aber er ist seinen Weg gegangen und er ist seinen Weg so gegangen mit dieser Mannschaft, dass wir heute hier auf dieser Bühne vor zigtausenden Rapid-Fans, mit zigtausenden Rapid-Fans den österreichischen Meistertitel feiern können. Begrüssen wir unseren Trainer! Hier ist Peter Bakun! Applaus 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 für das ganze Jahr, ihr seid die Besten. Peter, du bist immer der, der gesagt hat, kurze Sekunde, du bist immer der, der gesagt hat, die Mannschaft, die soll den Applaus bekommen, ich gehe in den Hintergrund. Die Mannschaft, die steht ja da, wo es den Quartal bekommen soll. Gebt euch den Applaus, die haben gebührt, unser Pär! Gebt euch den Applaus! Ja, gird euch den Applaus! Es kommt wieder her! Es kommt wieder her! Es kommt wieder her! Liebe Damen und Herren!